Hallo Hallo Ja Ok, wie viele wollen hier noch stehen? Ich mach mal Ah, ich muss denn, ok Oh, das ist ja doch scheiße hier Wollen wir zusammen hier peeken? Ja, kann man Weil es auch keiner Ich glaube, er hat auf der anderen Seite welche gefunden Schockpfeil Ja, die ist gut Oh, warte mal Sind drauf Ich bin erneut siegreich Blend aber A Ja Spike platziert Letzter Leben der Verbündeter Fuck, die haben sich aufgeteilt Nein Killmodus wird aktiviert War ein Witz Der ist immer an Aha Oh, das ist ja richtig scheiße mit dem Teleporter Wieso? Oh, der hat ja nur ne bestimmte Reichweite Und die ist gar nicht mal so hoch Ja Ja, die Map ist aber auch Halt kein Yoru Halt kein Yoru Aber dafür ist dein Bot mega geil finde ich Stell sie bloß Also Killjoy ist ja gegen Scheiße Also zumindest was den Spotter-Bot da angeht Brauche Verstärkung Ziel bei A gesicht ist Gegner bei A Ziel bei A gesicht ist sie Bionside Ach, da ist schon wieder wer durch Äh, die Okay Letzter Leben der Verbündeter Boah, ey Spike platziert So Hier war doch grad einer Na super Das hab ich ja toll dann bekommen Digga, chill doch mal Spar doch mal deine Fähigkeiten Spar doch mal deine Fähigkeiten Warte Makellos Oh, vielleicht noch gleich zwei raus Ach, die Super Match Super, sei so gut und finde sie für mich Das ist ne Attacker Match Das wird mir auch, das wird mir auch Oh, der eine kann nicht kaufen Es ist Bingo, weil Ja, auf einmal nicht Bingo spielen Und null Geld Und null Geld Ach cool, ist doch auch aber okay Bei dem Dude wurden Wurde so ein Pfeil nachgeschossen Einer ist durch Aufbauen Vorsicht da drüben Ausgeschaltet Ja Oh Hier sind noch welche Zwei sind hier auf B Die, äh, Rainer ist onside Oder oben schon drin Rechts in der Ecke Ein Gegner übrig Letzter ist mal auf A B Danke für den Call Danke Ich will dir das mal Oder Kann der mal kommen? Ja, ich bin auf dem Weg Ach, das bist du gestern Ich muss mich anschleuchten Ich hab, bin auch schon angeschlagen Noch 30 Sekunden Ich hätte jetzt Besuch ich noch mal gestrichen Der ist ja nicht mehr Ich höre mich auch Oh, Herr Schock Aber leider sind sie tot Bravo Nice Sie sind nicht unverwundbar Wir schaffen das Der einzige Sieg Der wird schaffen Nein, kriegen wir nicht Ja Hey, hey, hey Wir schaffen das jetzt Wir haben AFK-Spieler Nee Nee, guck Er hat nur seine Tastatur gesucht Ich mein, er könnte auch anfragen Sie sind sowas von tot So, jetzt wird gesnipet Au Die Yacht beginnt Au, jetzt sind wir aber tot Scheiße Scheiße Ult verkauft Meine Ult ist bereit Kommen die alle von der Seite? Äh, drei Stück auf jeden Fall, ja Genau Spike platziert Letzter lebende Ah, die Rainer, ey Die ist schon Rechts Die wissen schon, dass du von da kommst Alle tief durchatmen Jo Eure Herzen schlagen wie weg Offensichtlich Ich spare noch Wir müssen sparen Keiner sparen Sehe zu und lernt Ja genau Hab sie gefunden Rauch ist raus Direkt hier Aus den Latschen gehauen Geh Ein auf B Mehr auf B Help, die Pusher Ja die rotieren, die rotieren, die rotieren Oh mein Gott Oh, würde ich gerne haben Gönnen sie dir Hab sie mich? Ah, da müsste noch vom Spawn kommen Ich würd gern nicht pieken Meine Old Spahn Ich hab dir einer von CT kommt Oh, was? Oh Noch 30 Sekunden Beide, beide, beide Beide unten Beide unten Ein Gegner übrig Ja, okay Unten links Ganz unten in der Ecke Hinten links Ne, schon gut, schon gut, schon gut Ja Ich wollt Ja, aber ich konnte nicht, weil er die ganze Zeit oben stand Ja, der war an der Seite Ja, der ist hier so rumgetanzt Sparsam Bessere Waffen Braucht keiner Boah, was die Rayner drückt, ey Agiert gemäß meinen Infos Lasst ihnen keine Zeit zu neu bringen Wie hat mich denn die Jet angeschossen in die Brust, dass ich nur 106 Schaden bekommen habe Durch ne Wand Crazy Wollt ihr zu zweit B halten, dann krieg ich noch über nach A Äh, kannst du Weiß generell nicht, warum wir zu dritt gerade B gespielt haben Viel Glück meine Freunde Weiß ich nicht Ziel bei A gesichtet Was ist Gegner markiert? Bei A sind mehrere Ja Gegner bei A gesichtet Bei A sind mehrere Ja Gegner bei A gesichtet Aus dem Weg Aus dem Weg Lass den Himmel leuchten Nein Nice Ja, sehr schön Spike platziert Jo Äh, Operator liegt obendrin, wenn ihr durchseht Die muss obendrin sein Ja Was ist das? Operator, guess Ich lass dich defusion, oder? Du brauchst doch noch Wo denn? Ja Entschärfe den Spike A stimmt Merci Merci Sie haben doch nicht etwa geglaubt, dass das funktionieren würde Gott Merci Ich bin zu weit weg Also die Jet hat sich selbst umgebracht Schliegen wir einen Plan Und führen ihn aus Ja, die Aus meiner Ult raus Töte mich und geht wieder meine Ult Wunderschön Ich bin nicht froh, wie ich das auf Video sehe Ja, die wollen zu viel Ah, die können ja immer noch kaufen Schweine, übrigens bin ich alleine B Die haben Nerven What? Was denn, ey Die Jakt beginnt Gegner bei A Da sind sie Was kommt denn jetzt? Kajo, alter, verpiss dich, ey Die Jet ist da Jet und Ich hab den Spike vor A Hier sind mindestens zwei Noch einer Hast du die Raynail gekillt? Ja Oh, nice Ich hab den Spike Ich hab den Spike vor A Pack, zwei noch, beide, beide Ah ne, einer noch Die holen den Grat, die holen den Grat Ja, ja Fuck Grund Grösse für Wunderschöns Ich hab den Bridge Ja, bleib Ah, und fuck die, ich hab den Stage Stille, meine Ult ist bereit Also, ja Da ist auch für die... Einer ist auf jeden Fall bei uns am Spawn drin Ja, schön für die. Ich habe sie beide gesehen gerade. Rauch im Anmarsch. Habe ich auch noch schnell UL? Nee. Molly. Okay, jetzt bleibe ich doch hier. Noch 30 Sekunden. Einfach auf Zeit spielen. Ja. Rauch ist raus. Den Spike? Nee, oder? Ja, doch. Ich stehe auf den Spike. Ich werde hier geflasht. Spin-Pack bereit. Nein. Fuck. Lauf, gehst. Nee, von hinten. Lauf, gehst du. Ein Gegner übrig. Jawoll. Das ist der Mann. Oh, gute Anstrengung doch nicht gehalten. Da habe ich 140 gegeben in den Breach. Der Gegner sieht nur zuversichtlich aus. Ihre Angst, verraten Sie. Ja, stimmt. Der war mit einem Schuss tot. Oh. Und ich dachte... Wobei geht es jetzt diesmal wieder weh? Und ich dachte schon, hä, da ist doch jemand hinter uns. Was? Ah, scheiße. Ah, ah, ah. Aber dass sie jetzt von beiden Seiten kommen. Krass. Ich dachte, wenn wir eh nur 10 Sekunden haben, wäre es besser gewesen, wegzurennen. Ja. Du bist ja da. Ich habe halt nicht mitbekommen, dass ihr den Spike hattet. Ja, weil ich die ganze Zeit draufhackte. Nee, ich hatte... Gestern hatte ja irgendwie die Rainer gespottet. Und dann... Hab ich die einfach von hinten. Hab sie gefunden. Ich bin der Jäger. Ich bin der Jäger. Komm, komm, komm. Er ist raus. Hol ein. Hol ein. Hol ein. Oh nein! Rainer. Das war fett. Rainer ist wahrscheinlich oben dran. Nein. Spike in B. Spike bei B gesichtet. Die Sage schockt noch in der Mitte. Aber die Meta hat auf jeden Fall Spike. Ist jetzt einer oben oder nicht? Nee. Nein, im Spawn. Im Spawn bei uns. Letzter Leben der Verbündeter. Ein Geschenk. Da sind sie. Noch 30 Sekunden. Ist das die Bombe, oder? Nein, da ist... Der ist nicht rechts. Schön auf Zeitspielen. Jetzt bleibt er. Jetzt hat er die. Spike platziert. Uh. Sehr schön. Eier, der Flick. Wuf. Wenn die mal immer reingehen würde. Ja. Ein Plan. Knallt einfach die Bösen ab. He's carried. Ein Tausend. Das ist der Neue. Ich frage dir aber mal die an. Das ist gut. Ach, deswegen wird Kevin hier immer spielen. Äh, den. Ja. Verstehe. Vielen Dank! Ich bin mal was ganz wildes versuchen. Ich bin dank... Ach, unser Team-Mate spielt auch nur Ares? Ja, aber... der bringt ein paar Kills damit. Rauch im Anmarsch. Ist alle bei dir Chris? Ne, war einer. Schalte sie ab Breach ist bei mir A2 sind bei mir gewesen Are you waiting? Could you please not kill me so weit? Pass auf, der hat einen Operator jetzt gleich Dann waren da schon mindestens drei Also alle waren bei A Planet ist auch A Spike platziert Ich muss mal schießen, nicht zielen Ja, ja Ich hätte gerne erst einen Spot und gefeuertet Einer ist links nicht mehr Ja Da waren es nur noch zwei Operator ist immer noch da hinten drin Die Rayner ist nicht unbekannt Bitte Letzter Leben der Verbündeter Schalte Das hat keiner gesehen Ich sehe das Ich halte ein paar Wollen aus Ich halte ein paar Wollen aus Ich halte ein paar Wollen aus Ihr zerbrechenden Menschen ernst Welche Map? Ich hab Kohle! Braucht ihr mal Version? Ui Du willst einen Stream haben, Kevin? Ui, boah, ich bin auch nur fünf Minuten da Wenn ich dir diese Mühe wert bin für fünf Minuten Warte, lass mich eben erst sterben Ich trau mich nämlich nicht so wirklich rauszutappen Da sind meine Defizite Spike ist bei uns Spike in A Nice Waffe hier Waffe hier Waffe hier Spike ist bei A Beide Bounce Beide Bounce Beide Bounce Seilrutsche Ein Gegner übrig Wer ist der Operator? Mache los! Huiiii Mach dir keine Sorgen Mach dir keine Sorgen Wenn du heute nicht Na dann auch nur AP Das reicht nicht Ich tapp jetzt raus Ich wollte ihn tot Nein nicht raus tappen Oh Gott Krass 6-4 Ihr seid Verteidiger Okay Gut mischen Na das man Mitglieder ausblenden können bei Discord Dadurch wird der Stream ein bisschen größer Ja Echt? Hab ich noch nie gesehen Bestimmt ist einer von euch Chamber, oder? Nagel Das dachte ich mir Ja ich Was ist der Kopfschieß? Total Unluck Haben wir wieder mit den Gegnern? Zwei Smurfs Er ist grad mit einer Flash Er ist grad mit einer Flash Er ist grad mit einer Flash um die Ecke gerannt Was hat er erwartet? Also die Platten übrigens an, ja? Spike platziert Ja weiß ich noch nicht Ich treffe immer Tot Oh Zwischen uns Giz Welche Arschlöcher, ey Ich weiß aber nur zwei mal im Giz Super Der macht die jetzt Aber der Kalio, der, der ist immer noch im Spawn Gegner bei A Wächst jetzt Ach du warst wohl mit dem Teleporter Schaffen wir nicht mehr alles Das Tauch ist raus Letzter Leben der Verbündeter Fuck Der Rossi Molly Das Safe, dann sagt er, als er 400 Euro in den Gang schmeißt Jetzt Hint ihr Letzte Runde in dieser Hälfte Geht alles aus Das ist so unattraktiv Deine Ansicht ist auch voll mit Grafiken, kann das sein? Ja, weil ich da meine FPS-Probleme besser sehen kann, was da passiert Aber in dem Match gehts hier wieder Temperaturen Und noch eine FPS-Anzeige Und Oh, ja, ich Oh Direkt hier Sind ja Türchen durch, oder? Das Messer ist auch mal ein bisschen offen, ne? Ja, ja Der kann doch keinen treffen, wenn du noch keinen gesehen hast Ne, keine Ahnung Ich Bin der Jäger Scheiße Äh, A kommt zwei Stück Flo macht die schon F Flo macht sie nicht Mit A Ach, ihr Wichser, ey Gegner bei A Oh Macht das eben Spaß Spike platziert Ist das nicht Ehe, ist das nicht Ehe in der Tech-Map? Ja Sehen wir durch Das sind schon richtig gut Wir sind das Arsch durch, ja Schon wieder keinen getroffen Ich hab ne AK oben Get freaky Ich bin gegen Level 9, die das Skin-Paket gekauft hat Skin-Hure Wink of Hell, cha-ching Bitte Ein Gegner übrig Oh Was? Einmal? Ist er Also hier oben Ist der wohl die Hälfte? Ach, ach Schade Aber wenn du den Spike anschaust, kriegst du die meisten FPS Und den nutzen wir dann auch Wenn du den Spike anschaust, kriegst du die meisten FPS Wenn ich so rumlaufe, dann krieg ich die meisten Ja, mach, guck am besten Obwohl, du bist nur bei 150, steht er Beim Spike warst du grad bei 200 Ja, beim Zugucken hab ich generell immer mehr FPS Warum war das nicht? Aber das ist noch die FPS, von dem du zuschaust Die addieren sich die FPS Warte, ich darf aber auch Ich hab Warte, ich darf keinen Skin in der Hand haben Natürlich Ja, aber Ey, jetzt habt ihr mir den geklaut Weil er nicht mehr so beleuchtet Siehst du, jetzt hab ich den nämlich mehr Krass Ich meine, hier leuchtet ja noch alles drin Einfach Mist Also Skins machen dich schlechter Na, solange es nicht unter 140 fehlt das alles in Ordnung Aber du bist unter 140 Hättest du mal mehr FPS gehabt Ich hab dich sche nest zu Boden Headshot gegeben, schade Ja Und drei Headshots Ihr habt Team Solo mit dem Gegner Team natürlich, habt ihr keine Chance Das sind nur Batterien und ich, muss mich level Bro, es geht weiter, weg vom Handy. Ja! Mach den Skin weg, der droppt deinen FPS. Ja. Nooo! Also die pushen die extrem einfach im Abfang. Danke. Dann einfach mal im Spawn stehen bleiben. Aber im Spawn ist scheiße. Warte, ihr bleibt hier, ich mach mal Alarmbordlauf. Also wenn die gleich von hinten kommen. Gibt's Alarm. Alarm! Alarm! Flo, du musst aus der Reichweite raus, sonst bist du behindert. Halt deinen Maul, ich kann mich so schlecht konzentrieren. Da sind sie! Ist das Auto? Oh! Geh mir, ich mach dich so viel gleich aus, ey. Ich bin da nicht. Okay. Ah, guck mal, die tun auch nichts hin. Ace! Lauf weg! Spring out of map! Ace! ya! I got all of my blood gun at her! Rendee! Toilet do es hat! Ich hab dich ja gefangen! Ar3 сотiy possono! EeeMD kетуiooomind! Das war de Level Neuer übrigens! Ja, sei ich grap bei Flo int şimdi! Das sind Dcommunallye verlor! Was für eine KD hat der denn? Mal Tabflow Oh ja Nice Smurf by the way Habe ich auch mal ein bisschen unnützlich gekauft Oh nein Nach Echo verkackt, Credits nach Echo verkackt Cha-ching Ah, ich bin wieder bei Null Null Credits, Cha-ching Ich spiel doch gar kein Bingo, oder? Für dich, kleine Schwester Wir haben die Level gesehen, hatten wir schon kein Bock mehr Riech Scheiße Ich wollte gerade sagen, lasst den mal anbaiten, hier mit ein paar Steps Ich habe ihn gebaitet Shotgun, okay Das war gut Ah, Flash, das habe ich ja nicht Mein Gott, Springer war rein, was soll man die machen? Nee, da war einer Chris geht einfach, Chris macht einfach Was? Was? Scheiße, ich bin gespannt Oh Nur 80 Letzter Leben der Verbündeter Zwei Headshots Boah, so klar Hm, kannst du wieder auswachen, Flo, ich bin wieder weg Ja Ja Geschafft das jetzt Jetzt hast du auch wieder 10 FPS mehr ausgelöscht Nee, das ist nicht das Problem, deswegen habe ich auch oben rechts ausgestellt, dass ich sehe, ob mir einer zuguckt Da stresst dich Natürlich Äh, welchem Platz ist Flo gerade, wenn man Tap drückt? Äh, 4 Ich glaube nicht, dass ich das Problem war Doch Natürlich bist du das Problem, Kevin Ihr gewinnt das noch Tschüss 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 Das Feld hätten wir gut vollbekommen Ich spare noch Nein Okay, dann Frossen wir halt Ne, ich kann nicht so nur noch Ruhig bleiben Frossen wir halten Messer eingesetzt Direkt hier Direkt hier Direkt hier Wow, wie fliegt denn die Flash, ey Ach Ja, unten drinnen auch Da sind zwei Das ist jetzt unangenehm Oh, hallo Spike in A Letzter lebender Verbündeter Ey, die sind die Flash, die er an die geworfen hat, ne Ich hab extra weggeguckt Aber die ist so geflogen, dass sie genau dahin geflogen ist, wo ich weggeguckt hab Mach die Augen zu nächstes Mal Was meinst du, Drohne? Lust auf einen? Ausflug? Stell mal vor, es gibt ne Taste, schnell Augen zu Zock Weiß ich nicht, Full Smoke und ein B? Die Rainer bei Stiftung ist was Ja, das ist ne ABP Also, auf jeder Seite jetzt Ja, also Full Smoke und ein B? Achso, ein... Ja, ja, genau Ok, mach das mal Sein, sie pusht so weit vor Hast du ne... Ach, hier hast du ja kein Flash oder so Deine Best Leistung Wer hat dich denn aus gebildet? Weg mal Was? Von wo? Rechter Tunnel, rechter Tunnel Ja, das war eine Messetappe der Ante Wolfes, du konntest hier durch die Kiste schießen Ich habe den Spike Wenn der jetzt nen Headshot kriegt, ne? Letzter Leben der Verbündeter Letzter Leben der Verbündeter Ah, das war nicht gut, ne? Ihm Natürlich, ey. Alter. Ich schnapp, nur 17 Sekunden übrig. Meine Stadt braucht mich. Ich darf nicht lange fortbleiben. Beenden wir das schnell. Ei, ei, ei. Die Kevin hat mich rausgebracht. Ich kann jetzt nichts mehr. Kevin ist schuld. Prip, Sniper. Hier ist einer. Ziemlich groß. Entschuldige, dude. Gegner. Blind. Dankeschön. Das noch, Jemansch. Ich fehle die Sichten. Weg auf dem Weg. Oh, oh. Und jetzt weg, ja. Lade nach. Nein, warum pusht der denn? Und warum pusht die Jet nicht mehr? Und warum pusht die Jet nicht mehr? Weg. Wer soll denn mal covern hier, der Junge? Rauschen, Anmarsch. Kajo ist rein hinten drin. Meine Ult ist bereit. Oh, guck Leute. Der Rest kommt von der Mitte. Vom Sporen. Oh mein Gott, die steht schon close. Digger, wie viele denn? Überall, Alter, ey. Überall, wo ich den gucke und lang gehe, steht jemand von denen. Scheiße. Matchpunkt. Die sind nur Batterien und ich muss mich aufladen. Lade nach. Und los geht's. Ich gehe in die Richtung. Ihr seid hilflos. Sie war angesichtet. Hä? Ach, unten im Keller. Du bist fertig. Oh, hier bin ich hier rein. Wo wäre ich denn hinten drin? Ungeziefer. Jetzt bin ich tot. Letzter Leben der Verbündeten. Wir. Wir. Zwei und unten. Bleiben platziert. Rauch ist raus. Ich hab kein Bock. Stimpeak bereit. Ihr werdet meine Verbündeten nicht töten. Und dann Taylor kommt. Oh, der kommt von da? Ja. Nein. Aus den Latschengauern. Aus den Latschengauern. Verteidiger gewinnen. In corridor. Verteidiger noch. Veruna. Bis zum nächsten Mal.